In der zweiten Entscheidungsshow von Let's Dance haben die Promis große Aufgaben, doch besonders ein Tanz ist den Fans ein Dorn im Auge. Nachdem Maria Clara Groppler in der ersten Entscheidungsshow von Let's Dance das Tanzparkett verlassen musste, ist nun eine weitere Woche im vollen Gange. Nun hat RTL die Tänze am kommenden Freitag bekannt gegeben, und nicht alle Konstellationen sorgen für Begeisterung bei den Fans. Ganz im Gegenteil, einige äußern heftige Kritik an der Auswahl. Let's Dance Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin müssen Charleston tanzen. Der Grund liegt in der Wahl des Tanzes für Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin. Wir erinnern uns, die beiden landeten vergangene Woche mit ihrem Jive zusammen mit Tilman Schulz und Patricia Jonel auf dem letzten Platz. Der Jive gehörte aber tatsächlich aufgrund der Schnelligkeit zu den schwersten Tänzen der vergangenen Show. Doch leichter wird es für Affe in Show 2 nicht. Mit Valentin muss sie einen Charleston aufs Parkett bringen. Ebenfalls ein schneller und komplexer Tanz. Unfairere Bedingungen, so die Meinungen vieler User. Innen bei Instagram. Denn während Tilman mit der Rumba beispielsweise einen langsameren Tanz bekommt, ist das bei Ann-Kathrin nicht der Fall. Sie ist die Einzige, die an diesem Abend den Charleston tanzen muss. Das kann allerdings auch ein Vorteil sein, da sie sich mit keinem anderen Promi vergleichen lassen muss. Doch das Urteil der Fans ist klar. Mit dem Charleston wird es das Paar sehr schwer haben und womöglich am Ende Let's Dance verlassen müssen. Unfaire Auswahl für Affe Letzte Woche Jive und jetzt Charleston. Ihr wollt doch, dass die Liebe Ann-Kathrin rausfliegt, schreibt eine Userin. Ihr gebe Ann-Kathrin einen Charleston? Nach dem Jive, ihr hätte ihr ruhig mal einen Standard-Tanz geben können, pflichtet ein anderer Fan bei. Und, Affe hat aber mal wieder einen echt harten Tanz abbekommen. Tatsächlich hatte sich die Influencerin nach dem Jive einen etwas ruhigeren Tanz gewünscht. Daraus wird jetzt allerdings nichts. Eine Herausforderung wird Show 2 wohl auch für Fadim und Jana, die einen Contemporary zeigen müssen. Der intimste Tanz in der Auswahl erfordert viel Vertrauen, etwas, das gerade zu Anfang erst aufgebaut werden muss.